jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen kommentarier auf dem n7 nation channel und heute möchte ich mal mit euch über die fahrschule bzw über die fahrstunden angst reden es ist ja so dass ziemlich viele denke ich mal so in dem alter 15 bis 18 sind die hier zu gucken ist halt ungefähr so diese spannende denke ich also ich denke meistens viele in diesem alter und da kommt halt fahrschule und vor allem fahrstunden auf einen zu und viele haben halt oder viele erzählen mir vor allem von der angst vor den fahrstunden vor allem vor der allerersten fahrstunde weil sie denken sie gehen jetzt auf die oder sie werden ins auto gesetzt müssen dann fahren direkt und so weiter und haben halt ziemlich angst und schieben das dann immer weiter auf bis sie dann schon 18 sind oder bis sie dann 19 sind und bis sie sich dann endlich mal aufraffen dazu und dann merken dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist also es ist auf jeden fall verständlich dass man angst vor den ersten fahrstunden hat ich hatte auch angst wurden ich weiß nicht ob man es angst überhaupt nennen kann oder eher respekt also ich hatte auch respekt vor den ersten fahrstunden weil es ist halt was ganz neues wenn man lernt auto mit schaltgetriebe zu fahren und ja man ist halt schon im straßenverkehr direkt und irgendwie man kennt das ja wenn man so aus spaß immer irgendwas macht wenn also wenn man sieht dass eine abwirkt sieht es ja immer ganz lustig für einen aus und man sieht halt nicht wie gestresst der fahrer davon dann zum beispiel ist und dann kommt halt genau dieses gestresste dann auf einmal selber auf einen zu wo man sich sogenannten gedanken macht ja was ist wenn ich abwürge was ist wenn ich komisch abbremse also viel zu stark oder sonst was ist wenn ich einem die vorfahrt nehme oder zu lang warte zu lang für irgendwas brauche oder so macht man sich halt totale gedanken drüber allerdings ist ja so man hat so man hat seinen lehrer dabei der kann immer eingreifen der hat seine eigenen pedale und für alle die es nicht wissen bei der ersten fahrstunde ist es gibt es soweit ich weiß eher gesagt zwei varianten die so üblich sind und zwar die eine variante wäre dass man auf einen fahrübungsplatz oder so nennt man das geht wo man dann halt erstmal übt das ist einfach nur eine gerade ebene und da wird dann mit hütchen was abgesteckt wo man durchfahren soll und so soll einfach probieren anzufahren und so das ist sowieso ganz egal wie man irgendwas falsch macht oder so und für alle die angst haben dass sie abwürgen oder so dass ich sorgen machen dass sie abwürgen dafür ist ja eigentlich die fahrschule da und auch wenn man nach der fahrschule noch mal abwürgt ist eigentlich nicht schlimm das ist das kann eigentlich jedem egal sein das passiert halt mal vor allem beim neuen auto oder so oder wenn man sich halt an anderes auto gewöhnen muss und alles das ist halt einfach so das passiert halt ab und zu mal und da gibt es diese variante mit diesem fahrübungsplatz die andere variante wie es bei mir zum beispiel war ist dass man setzt sich ins auto rein dann redet der fahrlehrer halt erst um dir zeigt er so alles hier dass hier das für licht blinker das und das halt alles was da an knöpfen und schaltern oder sonst was dran ist und auch für alle die das mit den pedal nicht wissen wo was ist und so die wird halt alles erklärt handbremse und sonst was auch wenn es für manche jetzt komisch gegen markt ist ob man das nicht weiß oder so ist halt nicht von jedem das interesse damit geweckt aber das wird jedem immer am anfang erklärt und jetzt habe ich den faden verloren genau dann geht es so weiter dass oder so ist es bei mir weitergegangen erstmal nur lenken der fahrlehrer macht alles er schaltet er gibt gas er bremst er kuppelt also alles was du mit den füßen oder so machen musst oder außerhalb schalten das macht man normalerweise nicht mehr fuß nur so nebenbei schon mal macht hat der fahrlehrer und man selber lenkt und blinkt einfach nur mehr nicht dann kommt es dazu dass er sagt okay jetzt gibst du gas und bremst auch kuppeln macht immer noch der fahrlehrer und dann wenn er gesehen hat okay das passt soweit dann erklärt er wie funktioniert denn das mit dem anfahren wie muss man was machen damit das auto anfährt so und wenn er das gemacht hat dann lässt er dich dann sagt er mal so jetzt versuch mal anzufahren erwartet dass die straße ruhig ist also geht an so ein stück an stück das nicht viel befahren ist wartet es ruhig ist und dann soll man halt mal anfahren geht es weiter erster gang zweiter gang dritter gang und so und so geht es halt weiter und dann hat man eigentlich schon seine erste fahrstunde überstanden also gibt es eigentlich keinen wirklichen grund angst davor zu haben respekt natürlich man ist im straßenverkehr aber angst nicht weil der fahrlehrer ist immer da der kann abbremsen der kein gas geben falls man was zu langsam macht der kann kuppeln und so und wenn man abwürgt hat fahrschule hinten oder oben drauf stehen das ist scheißegal ist auch scheißegal wenn man das irgendwie also wenn nicht mehr in der fahrschule macht ist macht und auch wenn dann irgendwann immer hupen sollte das kann einem eigentlich scheißegal sein das sind irgendwelche leute die voll im stress sind die dann hätten früher losfahren sollen und dann haben sie halt verkackt müssen sie halt ein bisschen warten und ich hoffe mal dass alle die angst haben vor der ersten fahrstunde einfach mal sich aufraffen und zur ersten fahrstunde gehen und dann sehen dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und außerdem hoffe ich dass es euch gefallen hat schaut mal bei mir auf meiner facebook seite vorbei n7 acer einfach und auf der team n7 seite heißt halt facebook slash team n7 oder team.n7 geht momentan beides wird man einfach dazu weitergeleitet und dann würde ich mich über ein abo auf meinem und auf diesem kanal freuen über ein like und über einen kommentar schreibt mal ob ihr angst hattet wenn ihr den schon habt oder ob ihr angst habt momentan davor oder hat eure erfahrungen schreibt einfach alles in die kommentare bis zum nächsten mal